liebe freunde liebe kolleginnen liebe besucher meines kanals ich möchte euch neuere einsichten zu den themen frühes beziehungstrauma limbische system und rekonsolidierung mitteilen wir sehen immer deutlicher das tiefsitzende selbstwertprobleme negative glaubenssätze zum beispiel ich bin schuldig ich bin falsch ich habe kein recht zu leben und glücklich zu sein aber auch eingefahrene verhaltensmuster die folge früher beziehungstraumen sind diese veränderungen können nicht leicht beeinflusst werden ist weil auch nicht durch lange therapien manche betroffenen erleben sich dann wieder als versager das verstärkt natürlich die selbstabwertung der betroffenen diese veränderungen können ihr ganzes leben prägen auch ihre beruflichen privaten beziehungen denn diese themen sind unbewusst gespeichert im limbischen system das limbische system belastende erfahrungen die mit überwältigenden gefühlen von angst wut ohnmacht einhergehen werden zusammen sozusagen als konglomerat mit den beteiligten personen der damaligen situation im limbischen system gespeichert dieses limbische system ist ein entwicklungsgeschichtlich früher gehirnteil der bereits vor der entwicklung des großhirns wirksam wird und daher dem bewusstsein gar nicht zugänglich ist das ist auch der grund dafür dass diese im limbischen system gespeicherten elemente vom bewusstsein dem cortex nicht kontrolliert oder verändert werden können sie bestimmen das selbstbild das erleben und das verhalten des betroffenen ohne dass diese das bewusst steuern kann daher erlebte das als inneren zwang der ihn hilflos macht dazu kommt dass das trauma mit seinen gefühlen getriggert werden kann durch situative aspekte der belastenden erfahrung von damals person ort sinnesreize wie geruch oder geräusch verständlich dass die betroffenen dazu neigen solche situationen zu meigern um meiden um nicht wieder getriggert zu werden das ganze könnte verstanden werden als ein archaisches noch sehr undifferenziertes überlebensprogramm vielleicht um die wiederholung eines traumas zu verhindern den betroffenen aber bringt es nur leid diese überlebensstrategien sind stark unreflexibel daher passen sie oft nicht in die jeweilige situation dieses programm kann auch zu wiederholungen der frühen toxischen beziehungen führen die betroffenen suchen unbewusst ähnlich belastete partner bei denen sie das gelernte überlebensprogramm verwenden können die betroffenen selbst erleben sich als instabil als innerlich zerrissen nicht konkurrent mit sich selber solange sie diese inkonkurrent selber noch wahrnehmen das heißt solange sie noch eine vorstellung von ihrem eigentlichen wesen haben leiden sie darunter das trägt zum stress bei der ebenfalls zu diesen traumafolgen gehört andere identifizieren sich so mit diesen traumafolgen und dem trauma dass sie keine vorstellung mehr von einem gesunden wesenskern haben ja sie machen sogar ihr eigenes selbst dafür verantwortlich für dieses leid und hassen sich selber dafür sie schämen sich so als wäre das alles nur ihre eigene schuld und überhaupt dann suchen sie erst spät therapeutische hilfe doch nicht immer mit erfolg zur therapie manche therapieformen orientieren sich nach diagnosen schemata versuchen abgestimmt auf die symptome des klienten das selbstbild das verhalten und das erleben des klienten durch ein speziell dafür entwickeltes lernprogramm zu verändern das ist mühsam das kostet viel kraft für die klientinnen aber auch für die therapeutin wichtig ist das alte programm wird dadurch nicht gelöscht sondern nur überlagert die klientinnen orientieren sich kognitiv nach ihrem neuen programm behalten ab jedoch eine emotionale unsicherheit und die wirkung kann nachlassen da das im limbischen system gespeicherte programm nur überlagert und nicht wirklich gelöscht wurde gerade mehrfach traumatisierte klientinnen die trotz lange und unterschiedlicher therapiebegleitungen immer wieder rückfälle erleben müssen verbuchen dies als persönliches versagen gesagt verstärkt dass noch ihre bereits ausgeprägte selbst erweitern kann sich bis zum selbst hass steigern wie in einen teufelskreis geraten sie so immer mehr in eine falle aus der sie selber gar nicht mehr heraus systemische selbstintegration durch systemische aufstellung mit psychiatrischen klientinnen war es mehr möglich die prinzipien von autonomie und symbiose zu erkennen und daraus wirksame lösungsstrategien zu es sagte sich immer deutlicher dass das symbiose musste durch unverarbeitete man adaptiv gespeicherte traumata verursacht wird die korona pandemie zwang mich zu einer umstellung von präsenz aufstellungen mit stellvertretern auf online aufstellungen mit farbigen holzklötzchen als symbolen nur dadurch war es mir möglich die subtilen dynamiken bei frühen beziehungstraum noch genauer wahrzunehmen zu verstehen und gezielt zu lösen so entstand eine neue methode die selbst integrierende stresse auflösung durch das aufstellen mit symbolen kann die klientin erkennen dass die limbische system ein altes trauma so gespeichert hat dass sie dadurch heute noch stärker beeinflusst wird als von ihrer eigenen wesenskern ihrem selbst statt selbst bestimmt lebt sie immer noch traumabestimmt die symbolische ebene der aufstellung macht es hier weiter möglich dies fehl gespeicherte bekommen als ursache für ihr problem zu erkennen und durch gezielte abkennungsmanöver zu löschen dabei erlebt sie zugleich die inneren widerstände so das sogenannte abkennungsverbot aber auch die befreiung durch die erfahrung wieder handlungsfähig zu sein und es sagt sich immer wieder das traumainteriekt ist nicht teil der ihre identität also heißt das nicht das trauma muss integriert werden sondern ihr selbst welches ja durch das trauma überlagert oder abgespeichert dadurch erlebt sie sich wieder als identisch mit sich selbst als konkurrent zerrissenheit und stress sind vorbei wieder gewonnene selbst achtung eröffnet ihr herz die liebe kann wieder fließen und die angestaute wut kann endlich an die richtige adresse gerichtet werden rekonsolidierung diese hier beschriebene vorgehensweise entspricht dem von thomas hänsel beschrieben in seinem buch stressor basierte psychotherapie beschriebenen konzept er begründet dieses konzept mit den neueren erkenntnissen der gedächtnisforschung die macht demnach ist das gehirn bis ins hohe alter noch lernfähig ist also dazu fähig ein als stressor gespeichertes trauma zu löschen um diese fähigkeit aktivieren ist allerdings eine spezifische vorgehensweise erforderlich hänsel beschreibt das sehr genau als algorithmus diese stressor basierte therapie berücksichtigt die diagnosenübergreifende rolle früher traumata in dem sie diese stressoren löscht arbeitet sie ursachen orientiert und nicht diagnosen orientiert indem sie die angeborenen selbstherstellungsmechanismen der rekonsolidierung berücksichtigt kann sie mit geringerem aufwand bessere therapie ergebnisse erreichen dazu eine persönliche bemerkung für mich war die begegnung mit hänsels konzept sehr bestärkend und bereichert die vorgeschichte dazu ist so bezeichnet dass ich sie gerne hier erwähnen möchte in einem traumatherapeutischen standardwerk komplexe traumafolgestörungen fand ich keinen hinweis darauf dass das traumaintrojekt sehr reversibel ist dass die behandlung der traumafolgestörungen sekundär oder vielleicht sogar empfehlig ist daher schrieb ich die circa 30 autoren an um sie danach zu befragen keiner dieser akademischen forscher antwortete auf die frage eines forschers aus der praxis für mich ist das ein hinweis darauf dass in unseren akademischen instituten immer noch ein hierarchischer stil herrscht mit einem vorauseinenden autoritätsgehorsam der innovationen eher blockiert statt sie zu fördern siehe dazu auch die geschichte von ignaz semmelweis wien 1847 damals ging es um das kind bettfieber als folge mangelnde hygiene der ärzte oder stanley milgram in usa 1960 seine experimente zeigten eine erschreckende verbreitung des autoritätsgehorsams beide autoren wurden wegen ihrer innovativen beobachtungen vom fachkollegen angegriffen und zu unrecht beschuldet beide starben früh semmelweis in der psychiatrie möglicherweise wurde er umgebracht milgram an frühem herzinfarkt und milgram war nur acht jahre älter als ich aber es gab eine ausnahme einer der 30 autoren antwortete und das war eben thomas hensel er verwies mich auf sein konzept wir begegneten uns und entdeckten weitere gemeinsamen gemeinsamkeiten eine therapeutische haltung die das potenzial unserer klientinnen wahrnimmt und aktiviert statt sie mit ihrem defizit symptomen zu identifizieren wir wurden freunde kombinierte und komplexe beziehungsdruck und die entwicklung ging weiter zunächst untersuchten wir nur die auswirkungen von traumatischen beziehungen zu einem elternteil angeregt durch beobachtung des US-amerikanischen pionys der familientherapie mara bowen schon vor 60 jahren untersuchten wir das kombinierte beziehungstrauma zu beiden eltern wie zu erwarten war das verwirrungspotenzial einer solchen beziehung zu zwei traumatisierten eltern noch ausgeprägter und die lösung in einer sitzung daher sehr viel wirksamer und wir untersuchten auch komplexe beziehungstraumen durch das hinzunehmen weiterer damals belastender person typischerweise eine dominante abwertende großmutter auch aktuelle komplexe beziehungstraumen zum beispiel zwischen mutter und egepartner können mit diesem format untersuchten gelöst werden danke mich für ihre aufmerksamkeit auswirkung